Ja Leute, willkommen zu diesem Video und in diesem Video wollte ich nur ganz kurz eine Information sagen und zwar kommt heute um ca. 12.30 Uhr, na was heißt ca. 12.30 Uhr, um 12.30 Uhr kommt eine Premiere auf meinem Kanal und zwar eine zu Dick und Doof, Folge 11 bis 13, also schaut vorbei um 12.30 Uhr, wenn ihr nichts gerade zu tun habt, wie gesagt, Dick und Doof Premiere, die drei neuen Folgen auf meinem Kanal, ich wollte euch nur Bescheid sagen und ja Leute, haut rein bis Datum und schau. Ich werde natürlich im Live-Chat dann auch aktiv sein, falls Fragen sein sollten, wie z.B. was das eben war, das ist mein scheiß Rauchmelder gewesen, wie z.B. dass Fragen oder irgendwas sein sollten, ich bin dann halt auch im Live-Chat da und dann ja, also sag ich mal bis später zur Premiere.